ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge chain symbol 4 denn ich spiele das hier zusammen auf dem pc ich habe mir gedacht wir machen heute mal einfach mal wieder das haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht einfach normales szenario auf der strecke hauptstrecke münchen augsburg und habe mir gedacht wir nehmen uns heute mal das szenario stromnotlage vor eine routinemäßige ICE fahrt steht an aber wird alles nach plan ablaufen ja genau das werden wir heute herausfinden wie gesagt das ganze findet auf der strecke hauptstrecke münchen augsburg stadt mitte baureihe 403 von der deutschen bahn auch ICE 3 genannt und wie gesagt das wenn wir heute in angriff nehmen stromnotlage nennt sich das szenario ist eins der fünf mitgelieferten szenarien wenn man die strecke kauft und das vierte werden wir heute angehen stromnotlage würde sagen wir beginnen und dann wenn wir mal sehen was uns da erwartet stromnotlage willkommen zu münchen hauptbahnhof sie werden die steuerung eines ICE 3 hochgeschwindigkeitszug nach augsburg hauptbahnhof übernehmen bitte geben sie sich zu ihrem zug ja dann werden wir das mal tun und wie gesagt was uns hier heute erwarten wird das weiß ich selber noch nicht gefahren bin ich das terrenarium nämlich noch nicht folgen sie den markierungen um in den zug einzusteigen äh ich wollte gerade sagen wo sollen wir denn hinlaufen das kann ja eigentlich nicht sein ne äh macht ja nur Sinn wenn wir hier vorne einsteigen oder nicht ich sehe nämlich warum keine markierungen muss ich ehrlich sagen so genau ich wollte sagen das macht ja nur Sinn wenn wir hier vorne einsteigen als andere macht keinen sinn bei einem kopfbahnhof so das hier mal die hier die der hat gar keine sonnenblende oder na gut dann lassen wir das äh sitzen wir auf unserem kumpelchen so dann sollen wir natürlich den richtigen sind auch vorwärtsstellen das machen wir zack äh die spitzensignale auf normal stellen dazu müssen wir natürlich ach mach ich den äh erstmal führerstandsbeleuchtung machen wir erstmal auf normal so jetzt machen wir jetzt mal wieder aus fahrgäste einsteigen lassen ach so ja sorry dann machen wir es halt nochmal los ist auch kein problem da war ich jetzt ein bisschen schnell ehrlich gesagt äh wir können aber derweil schon mal die zugsicherungssysteme einstellen und zwar finden wir diese ja unten hier in dem schrank sie war pzb und lzb so wir können die afb einstellen diese finden wir hier und dann auf die taste 6 so die machen wir auf 40 fürs erste so genau dann wären wir eigentlich soweit genau können wir hier nochmal ein bisschen an den Münchner Hauptbahnhof schauen wo ich ja letzte woche war letzte woche samstag unfreiwillig ehrlich gesagt eigentlich wollte ich ja nach augsburg aber ich bin auch in augsburg gewesen am bahnhof bin aber nicht ausgestiegen das hatte mehrere gründe es gab dort ja das problem mit dem hochwasser überhaupt die ganz ganzen süden der der bundesrepublik und ich wusste nicht genau ob ich von da wieder wegkomme von da war auch noch zugefahren dann zurück in den norden und da habe ich mir dann sprach ich mich spontan dazu entschlossen dann doch nicht in augsburg auszusteigen weil mir das einfach zu gefährlich war und bin da bis in münchen durchgefahren mit dem bce 513 und ja bin dann schließlich in münchen gelandet ich bin dann hier noch schön lang gelaufen sie genau an dem letzten bahnsteig hier bis da vorne wo das dach aufhört praktisch hier sind dann eigentlich noch so jede menge geschäfte jormas und so weiter sind dann hier an dieser seite sind hier so angebracht und ja hab dann mehr oder weniger anderthalb stunden war es fast zwei stunden auf den ic5 28 gewartet der mich dann von münchen mit einigen unterwegs halten drückt nach essen hauptbahnhof gebracht hat allerdings auch mit einigen und einigen verspätungen und wir können die türen uns regeln und ja so dass ich dann erst einmal an schlusszug verpasst habe und was dann folgte war der einzige und ich sehe ich musste da mit dem re 2 war das glaube ich bis nach duisburg fahren bzw bis nach augsburg duisburg und genau da mit dem re 19 also den beholter eigentlich bis nach oberhausen hauptbahnhof und von oberhausen hauptbahnhof damit dem schieden ersatz verkehr sprich bus bis nach wesel wurde von dort dann abgeholt das war wirklich also also diese spotting tour werde ich nie wieder vergessen ohne dass ich überhaupt gespottet habe tja das war leider alles andere als schön aber naja muss man durch nützt nichts ich hoffe meine nächste tour wird wieder besser nach warms hauptbahnhof datum steht noch nicht hundertprozentig fest monat steht fest ist wird auf jeden fall der august sein wann allerdings weiß ich doch nicht genau das wird sich alles noch kristallisieren so ich frage mich jetzt hier wie das szenario sich zusammenstellt ich bin mal echt gespannt es ist auch von der schwierigkeit her habt ihr gesehen die maximale stufe also es wird hier uns einiges abverlangt hier ist auch ordentlich was los wie ihr seht wieder ein ice der rein fährt und nach wie vor 40 weil die schönen an der wartungshalle des hauptbahnhof vorbei wo die unter anderem die ice gewartet werden gewaschen werden solche solche dinge da links so hast du mal 130 ups war zu viel so so wir fahren dann in 30 km auf die hochgeschwindigkeitsstrecke schön vorbei ein parsing wieder ein ice der uns entgegenkommt also hier ist ordentlich was los die scheint so eine art firma zu sein logistik oder so was in der richtung würde ich jetzt mal tippen da so viele transporter stehen das ist auch nur ein tipp von mir so ich muss ganz ehrlich sagen münchen ist immer wieder eine reise wert also es wirklich eine sehr sehr schöne stadt auf der hauptbahnhof ist sehr sehr schön gleicht so ein bisschen dem berliner hauptbahnhof so von der größe her würde ich sagen geschäftsmäßig ist allerdings berlin vorne einiges in berlin am hauptbahnhof kann man doch einiges mehr einkaufen in münchen ist das ein bisschen ja es ist nicht ganz so viel würde ich jetzt mal sagen also da hat berlin einiges mehr zu bieten rein von den geschäften her sage ich jetzt mal also größenmäßig tun sich da beide nicht viel aber rein von der von den geschäften von den geschäften her ist beliebt vorne fahrten wir übrigens in der doppeltraktion so da wir den gerade so schön gefahren haben würde ich sagen machen wir mal ein kleines foto es ist doch immer was wert sieht doch gar nicht so schlecht aus so 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 das war gleich 140 160 und auf der hochgeschwindigkeitsstrecke sind wir dann mit sicherheit in dem 200 bis 300er bereich also ich bin echt gespannt was uns das szenario zu bieten hat im übrigen falls ihr heute abend lust habt und auch ja von der verfassung her auch noch munter seid fit genug seid um dabei zu sein ab 23 uhr wird es einen neuerlichen live stream gehen und zwar wunschkonzert teil 4 also es ist also es ist es ist mal wieder soweit ihr könnt euch da heute abend wieder was wünschen beziehungsweise ihr könnt es auch schon unter dem live stream posten was ihr gerne sehen wollt ihr könnt es unter diesem video posten was ihr gerne sehen würdet es wird auf jeden fall ein wunsch live stream werden wir werden aber auch über die kommenden oder über die vergangenen oder die neu erschienene roadmap sprechen was uns so an dlcs in der in der nächsten zeit erwartet was uns an spiele erwartet auch es werden uns einige simulatoren erwarten habe ich auch schon keinen community post dazu gemacht der gute endplay hat da einiges an spielen vorgestellt da werden wir auch drüber sprechen insbesondere natürlich auch über die kommende br 218 diesellok und dem ic1 steuerwagen mitsamt der neuen baureihe 101 expert version darüber werden wir sprechen in alles heute ab 23 uhr in meinem live stream hier auf meinem kanal wenn ihr dabei sein wollt findet euch pünktlich ein wie gesagt heute abend 23 uhr neuer live stream hier auf meinem kanal und dann werden wir über all diese dinge sprechen was uns da so erwartet spiele mäßig dlc mäßig sowohl für tsw alles was uns da so erwarten wird auch über den city tram transport simulator und ja ich glaube es wird heute sehr launig sehr schön werden nebenbei fahren wir dann die szenarien die ihr euch gewünscht habt oder wünscht und wie gesagt ab 23 uhr heute abend auf meinem kanal live stream zum thema neue dlc neue spiele wunsch konzert Teil 4 ich hoffe ihr seid zahlreich dabei so gleich dürfen wir dann 200 fahren wir auf der raufgeschwindigkeitsstrecke angekommen sind und so ganz erschließt sich mir das szenario noch nicht so ganz weil es hieß stromnotlage und jetzt sagen wir LZB jetzt können wir das sowieso alles hier beschleunigen so und was uns da jetzt erwarten wird da bin ich wirklich gespannt also ganz erschließt sich mir das noch nicht so mit stromnotlage im moment funktioniert noch alles auf der strecke vorhin gibt es ein problem wir werden ihren zug auf die regionalstrecke bei eulchen umleiten jetzt wird es interessant ich wollte sagen irgendwo muss das szenario auch mal seiner wirkung haben bzw. seinem namen gerecht werden so das heißt wir werden jetzt gleich umleitung fahren wir werden da schon wieder gebremst dann muss wahrscheinlich gleich auch die LZB sende würde ich jetzt mal tippen wobei wir fahren ja nur ein kurzes stück 120 ne ist vorbei ist vorbei so 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 jetzt verstehe ich jetzt verstehe ich genau genau jetzt wir fahren jetzt über die regionalstrecke nicht über die hochgeschwindigkeitsstrecke schnellverstrecke sondern über die regionalstrecke sondern über die regionalstrecke das ist natürlich alles andere als schön für ein ICE weil der natürlich ein Fernverkehrszug ist und auch dann dementsprechend über die Fernverkehrsgleise fahren sollte und über die regionalstrecke hält das natürlich um einiges auf und zieht natürlich dann auch verspätung nach sich aber ja sowas kenne ich von letzter Woche also wir haben zweimal gedreht und sind dann eine riesen Umleitung praktisch an Ulm vorbei nach Augsburg gefahren und München also das war schon echt Wahnsinn über sechs Stunden in einem Zug gesessen das habe ich schon lange nicht mehr gehabt muss ich ehrlich sagen in der heutigen Zeit ist das schon echt Wahnsinn innerhalb Deutschlands mit einem Hochgeschwindigkeitszug das ist wirklich Wahnsinn so wir haben noch 32 km bis Augsburg 17 Uhr sollen wir da auftauchen bzw. einfahren bin ich mal gespannt ob das alles so erinnert wir sind im Moment auch wieder aus der LZB raus ob wir da jemals wieder reinkommen in diesem Szenario ist eine andere Frage weil wir wie gesagt wahrscheinlich immer noch auf der Regionalstrecke unterwegs sind und da logischerweise nicht schneller als 160 kmh fahren können jetzt mal eine ganz andere Sache als Stockführer musst du natürlich auch eine gute Blase haben weil du natürlich während der Fahrt nicht auf die Toilette darfst das heißt bei einem längeren Aufenthalt solltest du noch mal tunlichst auf die Toilette gehen weil du nämlich sonst echt ein Problem hast das ist das ist das ist das ist das ist So, darf hier vorne 160. Wieder ein ICE, der hier auch auf der Regionalstrecke fährt, logischerweise ist es eine Stadt auf der Schnellfahrstrecke doch ein größeres Problem zu geben. Deswegen ja alle ICEs auf die Regionalstrecke umgeleitet werden. Was für ein Problem weiß ich allerdings nicht. Schade, dass das nicht thematisiert wird. So, jetzt haben wir gelb. Also scheint irgendwas hier vorzuliegen auf der Strecke bzw. ein Problem zu sein. Deswegen wir wahrscheinlich auch noch ein rotes Signal zu erwarten haben. Es hat sich gerade aufgehoben. Sehr schön. Da kommt das nächste. Also irgendetwas oder irgendwer ist uns vielleicht auch im Weg. Ich weiß es nicht. So, ich denke, wir sollten dann doch mal langsamer werden. Zumindest schon mal auf 80 kmh. Das hat sich wieder aufgehoben. Jetzt ist die Frage, bleibt das jetzt so oder nicht? Das ist wieder so ein bisschen Rätselraten hier. Schalten wir erstmal wieder auf. Da muss man halt die Signale ganz genau im Blick haben hier, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich wusste es. Irgendwas ist auf seinem Weg. Oder irgendjemand. Irgendein Nahverkehrszug. Ist wieder aufgehoben. Also wir jagen den so ein bisschen. Wir hängen den auf der Pelle. Ähm. Sie ver. 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 Sie ver zum Vordermann bekommen. Wir können mal kurz auf die Karte schauen, vielleicht sehen wir da was. Ist uns da behindert? Ja, da. Ein Nahverkehrszug, wie es aussieht. Logisch, wir sind auf der Regionalstrecke unterwegs. Da ist der Nahverkehr jetzt nicht unbedingt verwunderlich. So, ich würde sagen, wenn wir dann dem Bahnhof vorbei sind, dann geben wir mal wieder ein bisschen Leistung. Ich denke, dass wir jetzt genug Puffer zwischen uns und dem Vorauswandentzug haben. Viva, Viva. Viva, Viva. Viva, Viva. Viva, Viva. Viva. Ziffa, Ziffa. So, ich denke, wir können mal wieder ein bisschen aufschalten hier, immerhin noch eine Ankunftszeit zu beachten von 17 Uhr. Sollt man die ganz aus dem Blick verlieren hier? Ziffa, Ziffa. Kaum schalte ich auf, ist das nächste gelbe Vorsignal zu erwarten. Das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht wahr. Ich dachte eigentlich, wir hätten genug Polster jetzt, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Also das wird noch eine lange Fahrt. Ich würde sagen, 120 reicht erstmal. Ich hoffe zumindest, dass das reicht. Ziffa, Ziffa. Ach, ich war zu langsam. Shit, verdammter. Ich hab ihn gesehen. Ich war gerade am trinken. Ich hab ihn gesehen. Tappen zu spät reagiert. Ach, shit. Nein, geil. Passiert halt. Passiert halt, passiert halt, ist jetzt eh nicht mehr zu ändern. Ich hab wirklich einen Tacken zu spät reagiert. Ich hab den Finger schon drauf gehabt auf den Tasten, aber dann hat er schon die Zwangsache reingehauen. Wollte ich mich komplett verarschen jetzt? Nichts. 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 So, das schaffen wir jetzt noch bis 17 Uhr, es wirkt echt knapp jetzt. Sie fangen, Sie fangen. Ein rotes Signal jagt das nächste und wartet. Aber, ich glaube wir haben jetzt den richtigen Abstand, dass es gerade so reicht immer, dass die Signale wieder umspringen, dass immer praktisch ein Signal oder ein Gleisblock weiter rot ist. Ich hoffe das passt jetzt so, dann können wir schön durchfahren. Sie fangen. Sie fangen. Sie fangen. Sie fangen. Sie fangen. Das passt diesmal leider nicht. und zwar überhaupt nicht. Doppelrot. Meine Güte, was ist hier los? Das ist echt kein einfaches Szenario. Jetzt weiß ich auch, warum wir eine volle Leiste an Schwierigkeit haben, weil das hier natürlich ordentlich zur Sache geht mit den roten Signalen. Das ist echt nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Sie fahrt, Sie fahrt. Das ist wirklich kein Spaß mehr. Alter Schwede. Das ist wirklich Hammer, das Szenario. Von Intensivität her, also man muss ja höllisch auf Zack sein. So, 150. Erstmal vorangekündigt. Zeitung kommen wir auch noch ein bisschen. Hier ist wieder alles los. Jetzt haben wir wieder rot. Ich drehe durch. Gelb. Wir können direkt darauf. Ändert sich das noch? Das müssen wir nämlich gleich runter auf 80. auf 80. Man kann rotten werden und dann 諦nen gehen, er redet auf, Nie heraus. Die sind das nochygdraui. Und wir gehen weiter. Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. Sie fahrt. DieС才会 tenho. Was ist denn jetzt überhaupt Phase, Herrgott? Ich würde sagen wir bleiben erstmal über 80, ich glaube da machen wir nichts verkehrt. Kommt das nächste gelbe Vorsignal? Ja gut, dass wir auf 80 geblieben sind. Ich war mir klar, dass das kommt. So, nach wie vor unter Beeinflussung ist das hier in diesem Moment aufgehoben, aber ich glaube das beschleunigen wird sich jetzt nicht mehr wirklich lohnen, weil wir in essence in 4,5 Kilometer da sind. Und zweitens hier mit den Signalen, ich traue dem ganzen Rat noch nicht so. Gehen wir mal auf 120. Viva, Viva. Wir kommen direkt wieder runter auf 80. Entschuldigung? So Aber wir können trotzdem bei 80 bleiben, weil wir nämlich eine 80er bzw. eine Geschwindigkeitsvorankündigung von 80 kmh haben, deswegen bleiben wir da jetzt einfach erstmal, dann haben wir gleich 60 kmh. Das wird mit 17 Uhr echt eng. So, jetzt haben wir gleich nochmal 90 kmh und dann wieder 60 kmh. Das verstehe ich die Grafik hier auch nicht. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. S80, dann 90 kmh, dann direkt wieder auf 60 kmh. Das macht keinen Sinn. Jetzt muss ich jetzt noch 60 kmh runter gehen. Unter 40 kmh haben wir ein Heizweignisignal für uns. Ganz ruhig. Warum wurdest du denn auf einmal so schnell, obwohl die AFB nur auf 40 kmh ist? Ganz ruhig, ganz ruhig jetzt hier. So, wir könnten 17 Uhr sogar schaffen. Ja, er legt mich doch. Sie verzwangsbremse. Manchmal war es doch auch irgendwie was. So, da steht schon eine andere ICE. So, da steht schon eine andere ICE. So, da steht schon eine andere ICE. So. Das finden wir soweit. So, wir sollen die Federspeicherbremse anlegen. Das tun wir. So, da ist es. Stellen Sie Bremse auf lösen. Stellen Sie Spitzsignale auf gedimmt. Und stellen Sie die Richtungswende auf aus. Steigen Sie aus dem Zug aus und gehen Sie zur Demarkierung. So. Okay. Aber so wirklich verstehe ich das Szenario noch nicht so ganz, was das jetzt mit der Stromnotlage zu tun hat. Ich dachte eigentlich, wir haben irgendwie unterwegs keinen Strom mehr. Oberleitungsschaden, wir bleiben stehen und all solche Dinge. Aber das war ja irgendwie, naja, ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Das ist auch nur meine Meinung. Wo ist denn die Markierung? Ich sehe hier keine. Gute Arbeit. Legen Sie nun eine Pause vor der nächsten Fahrt ein. Ja. Das haben wir uns wohl verdient. Die war echt anstrengend, die Fahrt. Das muss man schon sagen. Das wäre echt eine anstrengende Fahrt teilweise. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Szenario an sich. Weil, naja, wie gesagt, unter Stromnotlage habe ich mir was anderes vorgestellt. Aber das ist nur meine Meinung. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da ähnlicher Meinung seid oder was ihr davon haltet. Aber ich bin da echt ein bisschen enttäuscht von. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. So, haben wir den Wort was erhalten hier? Eine Goldmedaille immerhin. Das ist doch was. 40 Minuten haben wir für dieses Szenario gebraucht. Das schaut ungefähr so hin von der Zeitvorgabe, die diesem Szenario zugeschrieben wird. Wie gesagt, das Szenario nennt sich Stromnotlage. Ich habe mir, wie gesagt, was anderes darunter vorgestellt. Aber das ist nur meine Meinung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Samstag. Habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr seid heute Abend dabei. Ab 23 Uhr im Livestream auf meinem Kanal wird es unter anderem das Wunschkonzert Teil 4 geben. Und auch werden wir die Roadmap, die vergangene Roadmap besprechen, die jetzt im Juni erschienen ist. Wir werden besprechen, auf welche DLCs wir uns am meisten freuen. Und wenn wir das Ganze so ein bisschen in Anspruch nehmen, werden wir uns da so ein bisschen besprechen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Wünsche für heute Abend habt, schreibt es gerne unter diesem Video. Schreibt es unter dem angekündigten Livestream auf meinem Kanal. Ihr wisst, wie es geht. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Macht's gut. Hinterlasst gerne Feedback in Form von Kommentaren. Das würde mir sehr helfen. Denkt an die Kanalmitgliedschaft. Auch da könnt ihr euch gerne mal reinklicken, durchklicken, wenn ihr Bock drauf habt. Schaut in den Shop nach, was es da so für euch gibt. All das ist möglich, um mich zu unterstützen, um meinen Kanal zu unterstützen. Es wäre schön, wenn ihr da mal aktiv werden würdet, ohne jemanden dazu aufzufordern. Das ist nicht meine Art und Weise. Sondern ich möchte es euch lediglich wärmstens ans Herz legen und euch empfehlen. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht es. Wenn nicht, eben nicht. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Eventuell bis heute Abend. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dettelgespieters. Haut rein. Ciao. Servus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.